Herzlich willkommen zurück bei Mirror's Edge Catalyst, die wahrscheinlich letzte Folge von diesem Let's Play. Wir befinden uns gerade mitten im Reflection Hauptquartier, am Hauptversorgungspunkt und stehen jetzt kurz davor, den Virus zu digitalisieren und ich würde sagen, Let's Defets. Oh. Was holt ihr beiden? Ich sehe eine Delikventin. Ich bestätige, es ist Fett Connors, die entspricht dem Profil. Wir haben uns am Sechleuten. Ey! Alter, ich kann hier kein... ...kein vernünftiges Dash zur Seite machen. Ey, der ist fünf Meter entfernt mit seiner Faust. So, weg mit euch. Alter, der war fünf Meter entfernt. Ich bitte dich. Du Miststück. Ich hätte dich mit deinen Eltern töten sollen. Das war's, Kruger. Ihre Kontrolle endet jetzt. Bei Reflection geht es nicht um Kontrolle, es geht ums Überleben. Ja, um Iris und das der Familien. Es wird Zeit, dass ihr alle aussterbt. Wenn du Reflection zerstörst, tötest du auch deine Schwestern. Nein, ich befreie sie. Wohl kaum. Isabel hat eine chronische Lungenkrankheit. Dank Reflection haben wir sie sehr gut im Griff. Zerstörst du es. Sie leben. Ach ja? Tu ich das? Nun, du hast sie schon mal fast getötet. Jetzt kannst du es zu Ende bringen. Ich bin zurück! Alle um dich herum sterben, Faith. Hast du je in Betracht gezogen, dass du daran schuld sein könntest? Halt es mal! Du hast meine Familie getötet. Du hast meine Freunde getötet. Du hast Noah getötet. Da! Worauf hattest du noch? Stopp das Ding! Folge Cat. Na dann, Matsu hinterher. Bleib stehen! Cat! Cat! Rede mit mir! Ganzhaft. Wo ist die hin? Wohoho! Hä? Ich bin gerade nur gerutscht. Wieso? Hä? Ich rutsche jetzt mal nur. Ich glaube, ich rutsche, rutsche, rutsche. Glaube ich jetzt. Ah, okay. Das erklärt es natürlich. Cat! 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 Hör auf! Ich hasse dich! Ah! Hör auf, Cat! Ich heiße... Isabel! Ah! 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 Hey, Mom und Dad. Ich habe nur noch geweint. Dann rede dich mir ein, du hättest nie existiert. Es war der einzige Weg. Er hat unsere Eltern getötet. Ich hab's gesehen. Genau wie hunderte andere. Nur für Reflexion. Isabel, komm, wir gehen. Du musst nicht tun, was er sagt, Kate. Du entscheidest für dich selbst. Der Geduld ist am Ende. Feuer! Nein, nein, nein! Stimmt. Yay! Woo! Wir sind hier! Nicht! Isabel! Du verstehst es nicht. Ich muss es tun. Wir sind hier! Isabel! Wir sind hier! Wir sind hier! Und so endet die Geschichte. Ich würde gerne sagen, alles änderte sich. Dass sich die Arbeiter wütend erhoben und Reflexion und das Konglomerat in Frage stellten. Aber es gab keinen Aufstand. Keine Proteste in den Straßen. Krugasek behielt die Kontrolle. Das Leben blieb, wie es war. Beinahe. Denn etwas hatte sich verändert. Wir hatten etwas begonnen. Und wir bringen es zu Ende. Hoi, 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 hoi. Das heißt, es wird einen Dritten geben. Oder? Ich habe keine Ahnung. Was war denn das Ende des Ersten? Ich weiß es nicht mehr. Wir müssen ihn noch mal angucken. Aber ich mag ihn einfach. Sehr, sehr schönes Spiel. Wenn er hier noch ein paar technische Fehler hat, muss ich sagen. War traumhaft. Mal schauen, wann ein Dritter kommt. Wir sind in fünf Jahren, sechs Jahren. Wird ein bisschen dauern. Wenn es einen Dritten geben wird, ich vermute schon. Ja, meine Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen damit. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann sehr wahrscheinlich in einem neuen Let's Play. Es wird sehr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider wird es werden. Das habe ich schon installiert. Das ist alles schon vorbereitet. Ich warte nur auf meinen Startstoß sozusagen. Das ist das Spiel, was ich nächstes spielen werde. Zwischendrin wird es wie immer, wie ihr wisst, Guild Wars 2 geben. Und wenn was Neues erscheint von Living World oder Add-on mäßig. Schaut doch in meine anderen Let's Plays rein, falls es euch interessiert. Falls ihr den ersten Teil nochmal sehen wollt, gerne als Let's Play. Schreibt es in die Kommentare, lasst eine Meldung da. Gebt Feedback auf Twitter, was auch immer. Facebook, überall da. Und sagt auch gerne, ob ihr noch ein paar Runs sehen wollt hier in Mirror's Edge. Das heißt, die paar Dags und die Nebenmissionen und so. Dass wir da noch 100% kriegen. Auch die ganzen Crit-Leaks suchen meinetwegen. Was auch immer ihr sehen wollt. Schreibt es in die Kommentare, meldet euch irgendwie. Sagt Bescheid. So weit sind wir nicht auseinander. Und jetzt nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Let's Play. Oder nach dem Abstand. Vielleicht kommt ja noch was. Wer weiß es denn. Bis dahin. Ciao. 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 Also ich muss los. Ich bin so froh, diesen Dreck los zu sein. Dafür bin ich dir ewig dankbar, Faith. Und? Was hast du als nächstes vor? Ich werde rennen. Das ist eine sehr gute Idee. Die Schaut. Abgeschlossen. Sehr, sehr schön, meine Freunde. Ja, für alle, die noch bis nach dem Abspann gewartet haben. Ja, wir kommen nochmal zurück für ein kleines... Ein kleines... Kleines Folge-Let's Play. Oh, guck mal. Es ist gespielt. Ah, der ist gehackt. Ist also tatsächlich deine Schwester? Ja. Echt? Krass. Ja, finde ich auch. So. Wir schauen nochmal kurz hier rum, was wir finden. Aber man, nee. Ist auch nicht lange. Düm, 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 düm. Alles wieder aufgebaut, was sehr, sehr schön ist. So, das Runner-Kit nehmen wir noch mit. Das Ding ja immer hier rum. Und? Noch. So. Wir schauen mal gerade. Vielleicht gibt es ja irgendwas Neues. Nee. Wie gesagt, gibt nichts mehr Neues. Selbst im Untergrund ist auch nichts Neues mehr. Falls ihr noch irgendwas... Oh, wir haben jetzt die ganzen Punkte der Grid-Dinger. So. Ah, es fehlt noch ein Punkt. Dann haben wir auch alles. So. Falls ihr noch irgendeinen Wunsch habt, was ihr sehen wollt in Mirror's Edge, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Oder hinterlasst mir einen Tweet auf Facebook. Genau. Einen Tweet auf Facebook. Und einen Post auf Twitter. Und wir sehen uns im nächsten Display, was wahrscheinlich dann voraussichtlich übermorgen starten wird. Meine Vermutung wird sein, dass es The Rise of the Tomb Raider sein wird. Also dann, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja. Bis übermorgen. Ciao. Ciao.